Schmiedemeister in Michael Wanzenböck. Du hast dort den Geschmiedenengel hingestückt. Ich meine, du tust es nicht schnitzen. Ich schätze, du wirst es schmieden. Wir werden es schmieden. Ja, ein paar haben wir schon gemacht. Und vielleicht kommt ja noch der eine oder andere dazu dann. Und ihr macht euch Schauschmieden bei euch in der Werkstätte? Genau. Ende des Jahres mag man wieder Schauschmieden, wie schon die letzten Jahre auch. Und ich glaube, wenn das touristisch aufzogen wird, die Schutzengelstadt, Kaiserstadt, Grubstadt, Berndorf, dann wird es ja Schauschmieden des Öfteren geben. Das könnte durchaus sein, ja. Danke.